wir schauen noch mal kurz auf die wiederholung dieser szene sie spielen den ball zurück und dann macht das stark unwiderstehlich abwehr ist chancenlos obwohl sie dicht dran sind also spitze gemacht und sie kommen hier zurück das war der ausgleich zum 3 zu 3 sie lassen den ball gut laufen den später wieder zurück war läuft gut das waren sie sehr geduldig er zieht vorbei der engel geschichte ball ist im tor aber das ist abseits fahne ging sofort hoch und ich glaube